Ich überlege, warte mal, ich mach das jetzt einfach mal hier provisorisch, soo, soo, sieht das geil aus, ne, sieht scheiße aus, glaub ich, oder? Ich weiß es nicht, sieht das cool aus, ich bin mir nicht sicher, ich lass es einfach mal so, hab ich noch nie ausprobiert, ob das cool aussieht, so, äh, Zauern könnten wir mal gebrauchen, Ich geh noch mal rein, okay, hier müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen, mit der Treppe, das ist irgendwie ein bisschen suboptimal, ich find das ist schon geil, sieht schon geil aus, hier mit der Treppe, wenn man so reinkommt, Du hast ein Fachwort ausgesprochen, was? Du hast ein Fachwort, man, suboptimal, Junge, der richtiger, der richtiger Denker, ey, Ja, natürlich, ja, auf jeden, ähm, ja, Bruder, wie, was willst du tun, oder? Ne, das ist Müll. Also, Stein ist im Ofen, ne? Ja, das ist schön für den Stein. Guck mal, erstmal, äh, Dingens, bau, Junge, tu diese blöden Boxen aus den Ecken weg, alter. Sieht cool aus, ja, das hat Style, das hat, das hat Stil. Vor allem, weil die, einfach, die reichen am Eingang, die Sachen, die reichen, glaub mal. Ja, stimmt schon. Du würdest jetzt 20 Dinge in Boxen machen, alter. Naja, du hast zurecht, alter. Wo ist die Ho? Ich brauch die Ho. Die Ho? Hier ist die Ho. Ich bin die Ho. Das ist die Ho. Der Ho hat gar keinen Sinn, alter, ob du ein Diamant-Homers oder Holz-Homers, bringt dir gar nichts. Flex, 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 10 FPS. Jetzt sieht das ja aber wieder ein bisschen behindert aus. Und hier ein mit der Farben, die kommt hier genau hier hin. Das hat man gar keine Ahnung, Leute, was das hier werden soll. Aber es wird die Farben auf jeden Fall. Eigentlich müsste das Haus rechts ein bisschen ein Block kleiner sein, weil sonst das Ganze hier übelst asymmetrisch. Mit dem Ofen, weißt du, weil dann sind hier so zwei Dinge. Ja, dann mach das doch, dann mach das doch, versetzt das doch. Mir ist das egal. Ja, dann mach ich das mal eben. Dauert ja nicht so lange. Ist hier schon irgendwas drin in den Kisten? Die kann man nicht mal aufmachen, alter, was das hier veranstaltet. Du hast die Treppen da weggemacht. Was bist du denn für einer hier? Oh, mach das ab, please. Get out of the way. Oh, ja, geile Sache. Ja, ich steh drauf. Nein, es sind da auf einmal doch Sachen drin. Oh, no Lexus, du Spast. Erstmal ich jetzt überall fache. Junge, alter, welcher volle Idiot macht dann bitte noch Steinschaufeln. Ich hab eine Steinschaufel dabei, aber pscht. Eisenpferderüstung. Und wenn man eine Kiste für Krimskrams, das wird die Kiste sein, wo du schon alles reingeworfen hast. Einfach so. Wie immer, ne? Ja, richtiger Amateur wieder immer hier. Rohes Kaninchen, Digga. Hast du Kaninchen geschlachtet? Ich hab' die Weihnachtung rum. Was bist du denn für einer? So, das Holz ist mir erstmal wichtig. Da hin. So, die Steinschaufel. Jetzt auch weg. Fischerhaus. Also, ich hab mir immer so ein paar Ideen aufgeschrieben, was wir alles bauen können, joa. So, weißt du. Gar keine Idee, was ich hier baue. Sag mal so. Ach, das ist immer gut. So, hier kommt jetzt erstmal ein bisschen Futter rein. Für die Kauleiste. Und. Ich überlege gerade. Was könnte man hier machen? Beziehungsweise. Wie mache ich das am besten? Aber du hast ja immer wieder Müll fabriziert, Alter. Ich hab gar keine Ahnung, was ich hier hinbaue, Alter. Und nicht mal abzählen kannst du. Wirklich, ey. Ich weiß nicht, was ich hier hinbaue. Gar keine Ahnung, Alter. Das ist immer gut. Ich hasse das, wenn man sich um eins verbaut, ne? Mach doch nicht mal so Riesenhäuser. Das reicht, wenn wir so ein kleines Haus haben. Hä, wer baut denn Riesenhäuser? Ich mein, ich mein, ein Riesendach. Brauch kein Riesendach. Glaub mir. Guck mal, wie groß das schon ist. Alter, wie groß das schon ist. Das reicht so, das reicht so von der Höhe. Ja, ja, mach ich. Mach das gleich alles. Keine Sorge. Bro. Bra. Bro. Ähm. So. Das, 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 das. Alter, nein! Oh mein Gott, Junge! Alter! Oh mein Gott! Alter, kannst auch nicht mal aufpassen, ne? Du Amateur! Du Lappel! Ja, was machst du denn hier? Du Lappel! Gut Job! Gut gemacht! Hässlich, ne? Echt? Kann die Tiere ganz Angst bekommen, guck mal. Das ist deine Zeit im Blick, ne? Ja, ja, 24 Minuten. Mach hier kurz das Haus zu Ende und dann... Was, junger Spinner? Fuck nicht ab, ich will ja arbeiten, Mann! Wohl, das könntest du eigentlich hier in die Mitte dieses Haus, also mal. Vielleicht doch ne Idee. So. Kommt das hier alles einst nach links, das heißt... Oh, jetzt, jetzt, Leute, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ne, hast du nicht, du lügst schon wieder. Aber, Mann, muss ich das echt... So, 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 so... Oh, Digga, das hier echt alles weggesprengt, Mann. Ich krieg Schaden. Ey, Mann, jetzt ist auch das Fleisch nicht fertig, Junge. Was soll denn das? Was soll denn das? Digga, jetzt ist das Fleisch weg, Mann. Ich wollte auch schon was essen. So. Ich weiß nicht, was es hier wird, ne? Auf jeden Fall geil, Alter. Hey, Moment, ich baue das gerade falsch. Kommt hier die Dinge hin? Das heißt, ich muss hier noch eins abreißen. Ich hab grad schon sagen, hier. Das ist auch weg. Ich muss echt mal gerade ohne Scheiß gerade mal echt alles abladen hier, ja. Das weg. Bruchstein, so. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Alles weg. So. Bisschen Futter wär nice. Danke sehr. Ach, ja, so. Brauchen wir hier so eine Anti-Creeper-Anlage, Junge. So mit Selbstschusszeugs, weißt du? Mit diesen komischen Fäden da, Alter. Hätte ich mal richtig Bock, so was zu bauen. Ich hör schon wieder die Spinnen, Alter, wie die hier am Rumsabbern sind, Digga. Komm doch her, was willst du? So. Bruder. Wann baue ich hier hin, Alter? Das frage ich mich schon seit über 20 Folgen. So ungefähr seit, ja, Pi mal Daumen, 25 Folgen, so, was du hier überbaust, so, keine Ahnung. Du kannst nicht mal hier richtig die Dingens abzählen, so was bist du überhaupt fähig? Junge, ich weiß es nicht. Ich will das nennen, ich werde das in der nächsten Folge weiterbauen, also, das hat keinen Sinn. Ich weiß es echt nicht, weil ich da versuche. Ich versuche eine Farm zu bauen, so eine geile Farm mit so einem... Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Ich weiß genau, was du meinst. Hier liegt ja noch eine Schaufel, korrekt. Ja, plus gemacht. Hä, Junge, Alter, ich baue hier gerade die ganze Zeit irgendwie Crap, Mann. Das verwirrt mich echt, Junge. Muss mir das... Weiter geht's, weiter geht's. Gleich nochmal angucken. So, hier, dann werden hier zwei Kisten, hier werden es frei, dann werden hier wieder zwei Kisten. Genau, da muss sie hier eigentlich... So. Doch, dann ist das richtig, stimmt. Ja, doch, dann ist das... Alles Paletti, ja. Kannst du noch mal pissen, Spinne? Brauchen Sie Hilfe? Ja, zwei Zombies, Alter. So. Jetzt könnten wir ein bisschen Erde gebrauchen, sehr schön. Steinziegeln, ja, auch sehr schön. Wo ist überhaupt der Rest von den Steinziegeln? Ich dabei, muss ich abholen. Ach, Bruder, warum? Warum denn schon wieder? So. Was kam da oben jetzt nochmal hin? Hier kam so hin, ne? Ja, genau. Mist. Ja, Junge, Mann. Wo? Bleib mir vom Leib. Mach's vom Acker, du fucker. Ich spinne, das sind echt die nervigsten Viecher gerade, ey. Nicht normal. So, wir werden auf jeden Fall auch... Verpiss dich, Junge! Okay. So, 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 so. Und wir brauchen noch... Jetzt mal das Loch hier zumachen wieder, Alter. Warte mal, wie viele brauchen wir noch? Vier Kisten, okay. Haben wir hier oben nicht noch welche? Ne. Okay. Also ein Wassergraben habe ich schon mal. Okay. Boah, vor allem mal Licht, ey, ist voll dunkel. So. So. Ihr könnt ja auch mal erkennen, was ich hier versuche. Ah ja, stimmt. Die anderen Dingensziegeln habe ich ja eben benutzt. Ich habe noch 21. Willste haben? Ne, no need. Braucht man nicht. Ich habe jetzt auch 64 wieder. Brauchen ja eh noch welche für die Dachziegeln. So. Ah, lass mich rein. Böses Skelett verfolgt mich. So, Ofen. Oh, korrekt. So, jetzt ist das auch wieder symmetrisch. Wenn man hier reinkommt. Sieht zwar irgendwie voll klein aus, aber es passt. YOLO. YOLO. So, warte, hier muss noch ein Ofen hin. Wie, das finden wir in den falschen Stein, weißt du? So, jetzt ist es symmetrisch. Hier könnte auch reichen und Ofen hin, aber dann passt das von der Seite nicht mehr. Deswegen lassen wir das. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch mal machen? Ich wollte die, die Kühe und so, ne? Hühner kriegen auch noch ein bisschen was. Ah, jetzt sind sie Helvet. Hör, was sagst du jetzt? Jetzt sagst du nichts mehr. No, draw nicht. So, ey, hoffentlich klappt das jetzt, man. So, hier kommt her, meine Freunde. Ey, die Kuh ist jetzt groß geworden. Komm, los, macht Liebe. Mein Gott, es klappt. Gönnen jetzt erstmal die ganzen Bowls. Nein. Digga, neun Eier. Und es ist einfach nichts rausgekommen. Kommt. Komm, ey. Ey, du. Kuh, ey. Ey. Nein. Haben wir noch normales Holz? So, ja, ich hab sie wieder getrennt, was? Haben wir noch normales Holz? Ähm, ja. Noch ganz viel, Alter, noch locker drei Stacks oder so. Okay, wir sollten dann jetzt aufhören. Ey, jetzt muss ich das weiter machen, Walter. Tut mir echt leid, also. Ne, tut's mir nicht. Wieso kann ich die Toren nicht öffnen? Ja, weil die von oben noch, äh, hier gemacht werden müssen. Wieso hängst du die Fackeln da so oben hin? Immer dieses Falschsetzen von Blöcken. Was laberstört da? Da. Ja, okay. Ja, Chico, jetzt warte ich mal noch hier kurz die Ecken. Ganz rasch. Das geht ja alles schnell. Hier die Fackeln dran. Hier so. Ja, dann passt das alles. Ja, okay, Leute, das wollen wir sagen. Das war's mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann würden wir sagen, bis dann, haut da rein. Und ciao. Ciao.